Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Batman Arkham Origins und jetzt wollen die wohl andere, dass ich hier ein Verbrechen aufkläre Ja, kommt her Ja, egal, du bist auch nur ein Opfer Ach, die holen sich Waffen aus den Kisten raus, alles klar Maschinengewehr, wie es aussieht Oh, das ist überhaupt keine Knarre Ach, was, um dich abzuknallen Schaffst du aber nicht Das wäre doch nicht möglich Was ist mein Frieder auf Erden? Da ist ein Stupenaufstieg Vielleicht gibt's ja hier eine Verbesserung, dass wir auf Entfernung Dass wir auf Entfernung dieses komisches Zeug sprühen können Moment Du hast keinen Zugriff auf diese Verbesserung Okay, das bringt mir dann nichts Ähm Annäherungszünder Kein Zugriff Kein Zugriff Ich kann die Sachen ja eh nicht freischalten, verdammt Kann ich vielleicht die Wand mit meinem Crabble Beam, oder wie das Ding auch heißt, einstürzen lassen? Ich weiß gerade gar nicht Naja, wir machen mal hier weiter Achso, da können wir ja auch gar nichts verbessern Sehr schön Gibt's denn überhaupt irgendwas, das ich noch verbessern kann? Hä? Battering Betäubungsdauer, will ich aber nicht Verstärkter Kleidantriff, will ich eigentlich auch nicht Das sind doch alles Was ist das? Seil ausschalten Lernen zwei neue Ausschalttechniken mit dem Seil Drahtseil ausschalten und Seilrutschen ausschalten Und was war das? Lautsprecherunterbrecher Verbessere den Unterbrecher um die Lautsprecher Nehmen wir das Jetzt gehen wir nochmal rüber zu unserem Turm Wo war der? Turm, Turm, da Na, versuche ich mal, ob ich das Ding irgendwie rausziehen kann Oh nein Nicht so alles Aber da drin, also da muss ich wahrscheinlich rein Ich weiß noch nicht, wie ich da rein soll Ich kann ja mal um das Gebäude rumgehen Wie groß ist das? Okay Na, ich komme ja von irgendeiner anderen Stelle rein Sieht eigentlich nicht so aus Und hier werdet ihr auch nicht weiterlaufen können, oder? Na Ach, Mann, Mann, Mann Besiegt mich der Turm etwa wirklich? Und hier hat er wieder keinen Bock weiter nach oben zu klettern Ach, siehst du zum Kotzen Wie es aussieht Ja, besiegt mich der Turm, weil ich nicht weiß, wie ich hier weiter schaffe Hier rein geht's auch nicht Tja, ich muss das Störsignal loswerden Das kann doch nicht so schwer sein Und irgendwas müssen die doch auch beschützt haben Man sieht aber halt auch nichts durch diese Scheiß, Mann Ich will nicht aufgeben Nein, wo geht er denn jetzt hin? Oh, fuck Ah, ich denke, ich werde jetzt dann doch gleich mal weitergehen Weil das bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier stundenlang rumsuche und nichts finde Ich gehe nochmal kurz runter, eine Ebene tiefer Ich frage mich halt, was ich mit dem Ach, Moment, Moment, Moment Jetzt weiß ich, wer das mit dem Ding machen muss Mit dem Ding fahre ich nach unten Und dann kann ich nämlich an der Wand Aber wie aktiviere ich das? Dafür brauche ich wahrscheinlich diesen Elektrospaß Aber ich habe noch keinen Elektrospaß Fuck, oder ein Unterbrecher, Erschütterungszünder Nee Das andere habe ich aber noch nicht Nee Also ich bin mir relativ sicher, dass wir hier so ein Elektro-Ding reinjagen müssen Also so eine Ladung Elektrische Energie Dann fährt das nach unten Und dann können wir halt die Wand hochspringen Bekommen wir das Ding ja später Aber momentan sehe ich da noch nicht wirklich Möglichkeiten Deswegen gehen wir mal weiter Ich muss doch eh nicht hier hin Wir gehen ja mal weiter Wer ruft denn? Wer ruft denn? Hier, hier drüben Hilfe, helfen Sie mir Kann mich jemand hören? Ich brauche Hilfe Hier haben wir erstmal noch ein kleines Netzwerkrelais Aber wer ruft denn hier um Hilfe? Hier, hier drüben Hilfe, helfen Sie mir Kann mich jemand hören? Ich brauche Hilfe Gut denn Hier ist er ja gar nicht Oh ja, genau Als Kämpfer gegen alle oder was Kannst vergessen Ich will doch einfach noch wissen, wo es weiter geht Na Also ist das Hotel jetzt gemeint? Oh, hier war doch nochmal was Jetzt müssten wir auf jeden Fall in der richtigen Richtung sein Unser Kamer wird ja leider nicht angezeigt Solange wie der Turm noch existiert Ja Nach unten, nach oben Wo denn jetzt hin? Es sind ja immerhin noch 195 Meter Also wir müssen ja noch irgendwie weiter gehen Oh Wo ist er denn hin? Habe ich ihn runtergeschmissen oder ist er einfach verschwunden? Ha, er ist weg Okay Sehr schön Noch mehr Scharfschützen Ach, hier müssen wir wohl rein Wahrscheinlich müssen wir erstmal alle platt machen, bevor wir da reinkommen Denke ich Boah, es sind aber echt viele sehe ich gerade Der Joker hat das gesamte Royal angemietet Aber wieso sorgt das SWAT für die Sicherheit? Ich muss herausfinden, was hier los ist Wie komme ich denn da rein, ohne dass mich jemand sieht? Er ist direkt über uns Gibt es irgendwo einen geheimen Eingang? Hier vielleicht Nein Müssen wir echt erst alle platt machen? Das sind aber viele mit Gewehr Sieht fast danach aus Dann nehme ich zuerst mal die zwei da drüben Versuchst du mindestens Oh, da sind ja noch mehr Oh, fuck Aber die schauen alle mit dem Rücken zu mir Gut Also die schauen gar nicht zu mir Schön, der blickt genau zu mir Wie soll ich die denn platt machen? Die haben alle ein Gewehr und schauen zu mir Hallo Oh, die sehen mich auch schon Naja, ich versuch's mal mit rein ins Getümmel und Nahkampf Ansonsten machen wir's halt nochmal Mal schauen, ob das funktioniert Mein Plan Wobei bisher schießen sie ja gar nicht Also Scheint ganz gut zu funktionieren Muss ich nur beeilen Versuchen immer die anzugreifen Die halt gerade die Knachlerhand haben Okay, war einfacher als gedacht Manchmal ist halt die offensive Möglichkeit Oder die offensive Methode Dann doch die beste Na Ich sollte einen anderen Eingang suchen Nee, oder? Die Tür ist verbarrikadiert Hier komm ich nicht rein Also hab ich die jetzt umsonst alle platt gemacht Und warum ist der blöde Scharfschütze wieder da? Den hab ich doch eigentlich ins Nirvana Also ins Nichts geschickt Hä? Geiler Bug Und ich kann ihn sogar platt machen Durchs Gebäude durch Der ist also einfach ins Gebäude gefallen Der ist immer noch da Wie geil Ist er jetzt tot? Oder bewusstlos? Dann ist er einfach zu weit ins Gebäude reingerutscht Keine Ahnung Es muss also doch noch ne andere Möglichkeit geben Um da rein zu kommen War ja eigentlich klar Aber Paxys macht's halt dann doch wieder so Tragbarer Generator Hochspannungszufuhr Keine mit Hilfe der Schockhandschuhe überladen werden Ja, ich brauch erstmal die Schockhandschuhe Die bekomm ich dann wahrscheinlich hier drin Und wenn ich die Schockhandschuhe hab Kann ich dann auch endlich den Turm klären Ist halt nur die Frage Boah, da sind ja auch noch Haufen SWAT-Polizisten Das da drüben sieht irgendwie aus wie ein Eingang, finde ich Dann halt nicht Wo und wie kann ich hier rein Ich glaube, hier waren wir ja schon Hier hat man zwar einen total riesengroßen Balkon Zumindest sieht es aus wie einer Aber keine Eingangstür Das verstehe ich nicht Geh mal noch weiter hoch Irgendwo ein offenes Fenster Warum schlägt er nicht einfach ein Fenster ein? Würde gerne noch weiter hoch Aber er hat gerade keinen Bock Hm Oder muss ich mich einfach nur an diesem elektro Elektronischen Palsand orientieren? Das kann natürlich sein Ah Da kommen wir die Sache Der Sache doch schon näher Wir sitzen in der Scheiße Fuck, hab ich schon gesehen Toll, einer mit Schild Einer mit Messer Einer gepanzert Au, 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 au Au, au, au Ich bin gerade richtig gut Nehmen wir erstmal den mit Rüstung auseinander Jetzt wieder einer mit Schild Ach, Freund Ich bin gleich tot, ne Ich bin tot Und das bei normalen Gegnern Also schlechter gekämpft Hab ich selten Der Gerechtigkeit wurde genüge getan, Jungs Also Sehen wir mal unter die Maske Oh nein Mein Geheimnis wird offenbart Das darf aber nicht sein Wir starten also direkt über dem Eingang Warum liegen denn hier so viele brennende Dinger rum Ich hab ne Idee Wir nehmen mal den Zünder Hat total gebracht Also, wuh, hat es jetzt gelohnt Ich vergesse immer wie ich die mit dem Schild Normal platt machen kann Ah, wieder eine Kombo verschwendet Dreckiger Alter, warum bin ich denn gerade so schlecht So, vier Fünf Schildblatt machen Ich konnte aber auch halt total schlecht Ach, meine Fresse Ach Ich werd wieder sterben Wenn es so weiter geht Passt auf Mal hat sich schon wieder einer dieses scheiß Schild geholt Ich dreh durch Eieiei Also ich beende jetzt die Aufnahme Ich bin gerade komplett raus Ich bin gerade komplett raus Ich bin gerade komplett raus Wir müssen das morgen nochmal probieren Weil ich bin gerade komplett raus Liken, Comments, Abonnieren Wenn ihr es genauso scheiße fandet wie ich Ansonsten Daumen nach oben Dann werde ich euch loben Bis morgen Tschö, tschö Und dann kämpfe ich wieder gut Bye